Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Stream. Und doch, es geht! Ja, es ist da! Und zwar spielen wir Ultimate Chicken Horse. Das kennt ihr wahrscheinlich schon alle. Und ja, es ist ein ganz lustiges Spiel. Man muss versuchen zu verhindern, dass die Kontrahenten auch mit ans Ziel kommen. Und ich habe mir zwei ganz besondere Mitspieler ausgesucht. Und das ist zum einen Haspian. Moin! Und Muzi. Hallöchen! Sehr schön. Dann würde ich sagen, ich werde jetzt mal hier eine Lobby erstellen. Und zwar nur Freunde. Und ich hoste das Spiel. So, dann gucken wir mal. Ah, suche ich mir für eine Figur aus. Eigentlich nehme ich immer das Gleiche. Ja, schon durch die Gegend hüpfen. Ja, jetzt sind schon alle da. So, wo wollen wir denn anfangen? Ja, ich weiß nicht. Ich hätte mir sagen, eines der ersten Erdbeeren, Farm vielleicht? Die Farm? Ja. Dann machen wir die Farm. Alles klar. Oh. Mutti hat erst mal die Tastatur weggeschmissen. Mutti, wenn ich da noch ein Tastatur-Rahmen hinterlegt habe. Nein, ich hatte euch kurz mein Handy aus der Hand gelegt. Wie kannst du? Oh, Vola und Okti. Danke für eure Host. Dankeschön. Ja, super. Ah, hier kommen neue. Oh, nee, warte. Ah, nee, mach das. Das haben alle geschafft. Das ist echt gut. Alles klar. Das ist ganz gefährliche Spielzeug. Die sind jetzt alle bescheuert, ey. Ah, nein, nein, nein. Okay, cool, ich krieg nichts. Die Uhr ist zu freikacke. Ja, ich bin schnell. Aber warum wird denn die Uhr nicht gespeichert? Weil es ist nur ein einfaches, äh, eines an der Sketch hat. Das ist wie die Münze. Okay. Ah, okay. Was ist denn? Nein, 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 ja. Halt doch runter. Nein, ich kenne euch keine Punkte. Ich kenne euch nichts. Nein, 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 nein. Das ist doch gut. Also, ich kenne mich nicht. Ich kann nicht so schnell. Oh Gott, wer war denn jetzt zuerst? Ich weiß das nicht. Du? Ah, Mutsi ist tot. Nee, ich doch. Ich doch. Erste und Falle. Ja, Lena, da kommt keiner mehr rein. Oh Gott, du Scheiße. Oh ja. Nein! Nein! Ach, Mutsi hat nur so getan. Mutsi versteckt sich da drin? Ja, da, zwischen den Leichenbergen. Oh. Alex? Alex? Oh Gott! Wir haben es da hingebaut. Es geht so nicht. Ich kann ja nur nachher nicht mehr gewesen sein. Ja. Ja, toll. Wir sind Profis. Wir sind Profis. Wir sind Profis. Wir sind Profis in diesem Spiel. Voll. Nicht. Ja, genau. Wir sind Profis. Ja, es wird gelastet. Oh nein. Ja, jetzt hast du dir keinen Platz gefunden hast. Ah! Boah! Nein, jetzt kommen wir aber nicht mehr runter. Das ist doch ein Witz. Was macht ein Haspian dort? Nein. Ja. Na toll. Was soll denn das? Das muss doch... Jetzt komme ich hier nicht mehr rum. Wer hat denn dieses doofen... Tja. Muss ich aufgeben. Ich habe nicht gewusst, wie ich dort noch rumkomme. Nein. Das ist echt... Oh, hier will jemand komplett was vernichten. Einfach mal komplett das Ziel freigeräumt. Leute, was macht denn ihr? Ja. Das ist doch... Das war's für mich. Oh, nee. Nein! Was gibt's doch nicht? Was habe ich jetzt gewonnen? Oh. Sehr schön. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. Was ist das? Ich muss ja mal noch... Ich muss ja mal noch eine Mitteilung machen, dass ich... dass ich gerade online bin. Ich muss immer zeitig sterben oder sowas. Ich mache nur noch drei Runden? Oh je! Ach! Kann ich hier hochspringen? Ja! Nein! Nein! Warum? Au! Das geht nicht! Das geht nicht! Los! Das war irgendwie blöd! Ich habe eine Benachrichtigung bekommen! Das ist sehr schön! Äh, so! Hallo Patrick! Schön, dass du da bist! So, was machen wir jetzt hier? Ich würde sagen, das versteckt man hier! Ja, wir spielen hier Ultimate Chicken Horse! Das heißt, wir machen uns gegenseitig das Leben schwer! Ja? Oh mein Gott! Wer macht denn so? Das ist doch nicht mehr zu... Nein! Au! 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 Ja, wir haben uns übertrieben. Ach, die hat mir Katsuch nicht vor. Alles beschmal. Komm, Schuhe, du schaffst das. Warum? Letzte Runde, ne? Hm. Kennt ihr noch? Das ist ja gut gewesen. Komm, wir machen was. Wir werden jetzt hier. Nein. Nein. Also, Lena hat gewonnen. Ich glaube, ich hab gewonnen. Ja. Das sind wir sein. Guck! Ich bin das ultimative Chameleon. Ich wusste es. Du bist ja kein Mensch. Mutzi und der andere Mitspieler hören sich sehr hallig an. Hm. Was? Dann hörst du sie doppelt? Also, ich hör mich nicht auf. Hast du den Stream an? Äh, ja. Hört mal bitte auch mit rein. Ja, hört mal bitte auch mit rein. Ja, doch, halt. Scheiße. Also, ist das doppeln oder ist das so doppelter Nachklang oder ist das einfach so nicht? Das ist wie so ein Echo. Genau. Moment, ich probier mal was. Moment, ich probier mal was. Ich muss mal ja echt wahrscheinlich zu Kopfhörern greifen, obwohl ich die Dinger ja hasse. Tschüss. Ja, das könnte wegen der Doppelung sein vom Mikrofon und dem Tonausgang. Oh. Das ist auch so ne schöne Aufgabe hier. Zeug entfitzen. Deswegen Jungs, ich hör ich grad auch nicht, weil ich die Kopfhörer hier versuche irgendwie. Alles gut, wir haben Spaß. Ich hab's ja rauslassen. Ich glaub nicht, ich meinst du mal. Ich glaub nicht, ich meinst du mal. Ja, aber ich will, dann hör ich das. Dann hör ich das Gerede aber von uns weinen. Ja. Ach Gott, ey. Das ist ja ein übster Knoten hier drin. Wer macht denn sowas? Das ist doch kack. Das kann sich nur um Stunden handeln, also... 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 Jetzt hört man die beiden normal... Naja, ist also... Wissen wir, woran's lag. Das lag, weil das Mikrofon, ähm, auch mit aufgenommen hat von den Boxen. Oh, ja. Jetzt muss ich mir die Dinger reinkriegen. Oh, ja. Jetzt muss ich mir die Dinger reinkriegen. Ja, ich kriege das Eichhörer und schießt. Okay. So. Dann müssten wir's... Müsste... Oh, jetzt... Oh, ich hasse das, wenn man so in ihr Kopfhörer hat, und dann hört man so die Stimme so selbst. Ähm... Okay, ihr seht jetzt. Bei Hausdächer... Haben wir ein Fragezeichen. Das bedeutet, da gibt's... Oh. Ich krieg hier die Kabel-Scheiß. So, wir... Wir gehen jetzt in Hausdächern, weil da gibt's was... Gibt's einen Bonus zu holen. Vielleicht kannst du die Box... Boxen leiser stellen. Raspion tanzt auf den Credits rum. Ja. Oh, ja. Also, ich lass die jetzt erstmal drin, solange wie's noch geht. Die fangen halt irgendwann an zu drücken. Wird schon schief gehen? Ja. Ja. Oh, klar. Wir müssen das nehmen. Wie die mit? Ja. Ja. Ausnahsweise. Ja. Sonst erwürgst du dich gleich noch. Ja. Hier vielleicht? Hast du da rüberkommen? Genau. Wir müssen erstmal das hier oben holen. Das ist das Wichtigste. Ja. Dann... Am besten hier hinbauen, Mutti. Damit wir das erstmal kriegen. Der Rest ist egal. Das wird jetzt interessant. Ja, das sollte aber so machbar sein. Okay, gut. Oh nein. 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 Das sind die drei Profis hier. Also, keiner fällt so gut runter wie wir. Das ist richtig. Ich mach's doch eigentlich mal richtig schön. Ich mach's doch eigentlich mal richtig schön. Scheiße, Leute. Oh nein. Ach du Scheiße. Ich hab euch noch lieb. Ich hab euch noch lieb. Ich hab euch noch lieb. Nein. Nein, warum ich? Es gibt's ja nicht. Das Spiel ist schein... Schlecht. Ja. Ja. Jetzt musst du mal wieder beißen. Jetzt musst du mal wieder beißen. Ja. 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 Was hab ich denn genommen? Ja. Ja. Ich denke ich nur grundsätzlich nach. Was? Wir wisten da durchkommen. Ich hab ja mein Taxi gebaut. Nein. Das war schlicht. Ja. Hauptsache, am ersten Platz. Ich hole auf. Ich hole auf. Ich hole auf. Ach, verdammt. Ich bin zu langsam für sowas. Oh. 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 Ich schieße nicht über die ganze Karte? Ja. Mhm. Oh. Oh. Nein, warum denn? Au. Nein. Jetzt wollen wir alle erschlagen. Also das mit dem Hockey-Ding da hinten ist ziemlich... Aua! Ach. Das ist ziemlich aua. ich spiel vieles also ich ganz vieles das kann man gar nicht so zusammenfassen also ich spiel einfach das was mir gefällt heute spieler genau nein lasst mich auch das nicht leben ich will doch nicht sterben ich will nicht sterben zu z spiel ich ganz viel dota 2 auto chess dann das hier dann spiel ich noch was anderes aber das wird noch nicht verraten noch nicht das ist doch unmöglich nein jetzt hat mich genau der schuss getroffen hallo matz 2004 ich sag jetzt einfach mal nur matz weil du bist der einzige matz bisher schön dass du reinkokst dankeschön so und noch eine münze so wo versteckt man die noch hin ja ich glaube auch okay dann versuchen wir das mal wieder nein das kann nicht sein das ist nicht wahr hallo du führst nein nein ich führe nicht nicht nein ja okay sehr nett genau ich bin an meine eigenen falle gestoßen okay jetzt mal Nein! Nein, Mutti hat gewonnen! Das war tragisch. Mats, das geht gar nicht. Ja.